Herr Schäuble hat sich ja gegen die Abschiebung von Migranten ausgesprochen. Wie bewerten Sie seine Aussage? Ist das ein Offenbarungseid des Rechtsstaats? Das heißt, Herr Schäuble sagt, eigentlich können wir nicht abschieben, weil es zu langwierig ist, es dauert viel zu lange, also lasst uns jetzt viel schneller die illegalen Migranten in die Gesellschaft integrieren. Und das ist ja das, was auch die AfD schon immer gesagt hat. Man will die Menschen, die zu uns gekommen sind, illegal nicht mehr nach Hause schicken. Und jetzt spricht Herr Schäuble Klartext, er sagt eigentlich das, was alle schon wissen, die, die hier sind, sollen auch hier bleiben. Und das ist das, wo wir wirklich alle ausstellen müssen, nämlich hier wird Rechtsbruch begangen, weil worüber wir hier reden, sind illegale Migranten zum Großteil und die müssen definitiv zurückgeschickt werden. Meine nächste Frage ist, welche Erkenntnisse haben Sie aus dem aktuellen Bundeshaushalt? Also auch hier ist ganz interessant, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes immer wieder sich selbst vor Augen führen, welche Kraftanstrengungen hier auf uns zukommen, gerade was dieses Thema Massenmigration betrifft. Und zwar von 2015 bis jetzt haben wir von Jahr zu Jahr immer neue Rekordhaushalte erlebt. 2015 haben wir einen Haushalt gehabt von ca. 300 Milliarden Euro. Dieses Jahr haben wir einen Haushalt, der wieder um 20 Milliarden höher ist als der Haushalt des letzten Jahres. Das heißt, die Bundesregierung will dieses Jahr einen Haushalt verabschieden, der in der Höhe von 356,58 Milliarden Euro sich bewegt. Und das ist wieder eine Rekordzusage, eine Rekordinvestition. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wohin investieren wir denn? Weil im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Bildung wird Deutschland und Europa langsam von allen Ländern abgehangen. Also anscheinend scheinen wir nicht in die richtigen Kanäle zu investieren. Aber hier lohnt sich Einblick auf ein Haushaltsressort, das ist der Bereich Arbeit und Soziales. Im Jahr 2015 ist in diesem Bereich ungefähr 124,8 Milliarden Euro hineingeflossen. In diesem Jahr fließen in diesem Bereich 144,2 Milliarden Euro. Das heißt, von 2015 bis 2019 ist dieser Bereich um 20 Milliarden Euro angewachsen. Jetzt kann man sich ja mal die Frage stellen, wo fließt das Geld denn hauptsächlich hin? Und was jeder verstehen muss, ist, auch in diesem Bereich, dieses Jahr kostet die Migration, die in Deutschland stattgefunden hat und stattfindet, jedes Jahr und auch dieses Jahr 20 Milliarden Euro. Und das muss jeder Bundesbürger verstehen, das muss ja irgendwo herkommen, das muss ja irgendwo, das Geld muss fließen. Und wer bezahlt es letztendlich, diese Zeche? Der Steuerzahler. Durch seine Steuern. Und ich möchte hier dran erinnern, dass von Wahl zu Wahl jede später regierende Partei immer versprochen hat, es gibt Entlastungen, aber auf die können wir wohl bis zum Nimmerleinstag warten. Das heißt, der deutsche Steuerzahler wird immer weiter ausgequetscht und gepresst, um hier eigentlich Rechtsbruch zu finanzieren.